Ich will Sie anzeigen. Ich bin voll gewollt. Wollen Sie meine Adresse haben? Dann müssen Sie aber fällen, das Ordnungsamt muss sehen. Verständen Sie hier von mir so nah. Weil ich möchte die Attizze. Nee, ich hab gesagt, wo ist Ihre Maske? Sie meinte, du machst mich an und sie möchte mich an. Wollen Sie die Polizei holen? Ja, ich hole die Polizei. Warum möchten Sie denn die Polizei holen? Weil Sie hier nichts zu suchen haben. Warum sagen Sie mir denn, dass ich hier nichts zu suchen habe? Weil Sie keine Maske auch haben. Mäppen Sie die Realität nicht mehr, oder was? Aber ich hab vielleicht einen Grund, warum ich Sie nicht trage. Ja, ich hab auch ein Brot. Ich bin schwer krank, verdammt nochmal. Warum schreien Sie mich denn an? Warum schreien Sie mich hier so an? Weil Sie echt noch anklönt, weil Sie frech grinsen, wenn man Sie drauf anspringt. Sie haben mich von Anfang an angeschrien. Und ich hab Sie ignoriert. Wissen Sie was, das ist mir scheiße. Ich kann euch die Filme anschreiben. Ich kann schreiten hier die Aerosole. Ich glaube, es ist die Polizei. Warum möchten Sie denn die Polizei... Was ist denn passiert? Sie sind auf der Polizei, aber wenn Sie mich ankommen... Was ist denn passiert? Ich brauche nur Ihren Namen, Vornamen, dass ich... Das können Sie gerne haben. Ich hab nichts zu tun. Sie wollen Sie anzeigen, dann sind Sie fällig. Wissen Sie was, dann bin ich praktisch noch als Nebenpflegerin. Wissen Sie, was das noch ist? Das können Sie gerne machen. Deswegen denn, weil ich hier einkaufen gehe als Mensch? Als Mensch? Weil ich hier einkaufen gehe? Verschwinden Sie, ich würde jetzt, ganz ehrlich, an Ihrer Stelle, für die fünf Minuten im Laden setzen Sie eine Maske auf, das Programm hat Sie bestimmt. Darum geht es nicht. Ich verstehe. Sie setzen sich hier ab. Das geht gar nicht. Ja, Leute. Das war ein Penny-Einkauf, und das passiert ungefähr jeden Tag hier in Hamburg-Schenefeld. Warum möchten Sie denn die Polizei... Warum möchten Sie die Polizei rufen? Was ist denn das für eine Frechheit? Verschwinden Sie mal! Schreck mit Sie! Ich bin echt ein gutes Händler für. Ich wollte ja nicht meine Klappen. Ja, wo ist hier? Erinnert Sie das gerade an irgendetwas? An irgendetwas? Hauen Sie ab, wir haben alle keine Lust drauf zu werden. Erinnert Sie das an irgendetwas? An gar nichts. Darf ich bitte vorbei? Oh, die Welchen. Ist egal. Alle Leute haben mitgemacht. Keiner hat sich hier hingestellt und ist mir zur Seite getreten. An was erinnert Euch das? Vielen Dank.